Wir sind hier immer noch beim S3-Farmlauf, die ist bei der Deutschen Meisterschaft von Rheinz. Und wir können jetzt mal auf den Laptop, einen E-B, der umgebaut wurde auf Elektro. Ist ein Prototyp, beziehungsweise jetzt nicht mehr. Jetzt gibt es das Fahrzeug mittlerweile im Handel schon. Man kann auch ganz einfach seine Nitro umbauen auf den Elektro. Da wird jetzt der Umbausatz. Und ansonsten gibt es die Eno-Version. Bereits für die Kalkulation. Ein Nissan-Centrop-Motor ist hier drin. Ein Hobby-Bring-Baker mit PCS-Abo. Und wie man sieht, geht es normal nicht schlecht. Da steht ein Verbrenner überhaupt nichts hinterher. Von der Leistung her. Ein bisschen. Ein bisschen. Das ist das Ding ein. Danke. Hobbyring-Regler von 30V, nicht Akkohol. Wie gesagt, wie ein normaler Nitro. Sehr gut dazu. Farbe vier Stück. Dafür die Hydraulikbremse vorne und hinten. Hier ist die für vorne. Und hier ist die für hinten. Mal sehen, ob wir es jetzt hier runterbringen konnten. Ansonsten Spoiler-Einschlepper vorne. Und hinten genauso. Hier ist die Kabel. Mit dem Fußuhr, natürlich. Bringt auch was. Nicht Spoiler. Das ist geil. 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 Das ist geil.